Herzlich Willkommen zu einem weiteren Video im Zusammenhang mit Ehe und Sex. Jetzt in diesem Video geht es konkret darum, wie weit darf man denn körperlich vor der Ehe gehen? Was sagt da die Bibel dazu? Nun, sagt die Bibel überhaupt etwas dazu? Ich glaube, in dieser Thematik gibt es eine sehr stark konservative Linie, sage ich jetzt einmal, wo man sagt, Stimulation gehört ausschließlich in die Ehe. Das heisst, vor der Ehe ist die Grenze beim Händchenhalten und beim Wangenkuss mehr geht nicht. Und ich verstehe diese Ansicht, denn je weiter man geht, umso stärker wird auch der Sog. Und sobald man mal in den Strudel dieser Gefühle kommt, dann geht es natürlich immer weiter. Und so sagt man, muss man gleich zu Beginn schon mal die Grenze setzen. Nun, die Frage ist, kann man das biblisch begründen oder ist das einfach eine Frage der Erfahrung, wo man sagt, ja, wir hatten so und so erlebt, besser wäre es so. Biblisch gesehen ist das sicherlich nicht ganz einfach, das so entsprechend nachzuweisen. So konkret steht das in der Bibel nicht. Nun, es gibt eine Bibelstelle, da könnte man vielleicht sagen, das ist ein Vers, der uns zeigt, wie weit vor der Ehe, nämlich Hohelied 5, Vers 2. Da sagt die Sula mit, ich schlief, aber mein Herz war wach. Da ist die Stimme meines Freundes, der anklopft. Tu mir auf, liebe Freundin, meine Schwester, meine Taube, meine Reine, denn mein Haupt ist voll Tau und meine Locken sind voll Nachttropfen. Ich habe mein Kleid ausgezogen, wie soll ich es wieder anziehen? Das heisst, sie war da offenbar bereits im Nachthemd und hat darum die Türe nicht geöffnet. Das wäre vielleicht so ein Hinweis, wie weit das gehen soll. Nun, da müssen wir mehr von der Praxis her schöpfen und da ist es natürlich so, dass nicht alle Paare es gleich handhaben. Wenn man zum Beispiel schon in einer anderen Beziehung sehr weit gegangen ist, lohnt es sich sicher, sich in der neuen Beziehung sehr stark zurückzuhalten, damit man da nicht gleich alle Dämme bricht. Es ist aber auch nicht jedes Paar gleich. Es gibt solche, die können sich wenig im Griff behalten und dann ist gleich von 0 auf 100, während andere sehr diszipliniert Schritte gehen können und wenn sie sich einen Plan gesetzt haben, können sie das auch entsprechend durchziehen. Es ist ja nicht so, dass einfach alle dann letztlich reinrasseln und darum muss man auch aufpassen, dass man nicht sagt, so wie wir es gemacht haben, war es richtig oder wir selber schafften es so und so nicht, aber ihr solltet es tun. Da ist das jedes Paar ein bisschen anders, ist vielleicht auch mit ein Grund, warum das in der Bibel nicht genauer steht. Nun, ich finde, man sollte ganz langsam, langsam immer ein bisschen mehr geben. Ich habe diesen Gedanken von Wilhelm Pahls, einem Evangelisten, und der hat gesagt, ganz langsam immer ein bisschen mehr geben können, so dass man das hinhält bis zur Ehe, aber dass das Ganze doch immer ein bisschen interessant bleibt. Und ich finde, das ist ein guter Kompromiss von gar nichts zu einfach alles ist erlaubt. Also es beginnt vielleicht tatsächlich beim Händchenhalten, beim ersten Kuss und dann ganz, ganz langsam weiter, aber dass man eben ohne Sex in die Ehe kommt. Wo könnte die Grenze sein? Ich würde mal sagen, jetzt aufgrund dieser Hohelied 5, Vers 2 Stelle, dass man sich nur, bis zur Verlogen zumindest mal, nur in Kleidern sieht, in denen man auch in der Öffentlichkeit auftreten kann. Das ist eine klare Grenze. Oder es nützt nichts, wenn man sagt, wir wollen nicht so weit gehen, das ist total schwammig, aber wenn man sagt, wir sehen uns nur in Kleidern, die man auch in der Öffentlichkeit hat, dann ist das eine klare Grenze. Das bedeutet dann aber auch, sich zu sehen im Bikini, das geht dann halt entsprechend auch nur, wenn man in der öffentlichen Body ist, das dann nicht einfach so zu Hause. Also das ist eine klare Grenze, geht dann also so ein bisschen weiter, Lippenkuss, Zungenkuss. Man sollte in dieser Phase sich gegenseitig auch absprechen, ob und wenn ja, ab wann der Mann auf die Brust gehen kann. Natürlich über dem T-Shirt. Das werden nicht alle gleich handhaben, aber das sollte man absprechen, sicher nicht gleich zu Beginn. Aber ich sage mal so, sobald das Verlobungsdatum steht, denn es öffentlich gemacht wurde, dann ist da doch so eine gewisse Verbindlichkeit doch bereits da. Also vor der Verlobung nur sich so sehen, wie man auch im Öffentlichen sich kleidet. Nach der Verlobung könnte die Roadmap vielleicht so ansehen, dass man sich abspricht, ob und ab wann die forschende Hand auch unter das T-Shirt gehen kann. Ich denke, da ist die Grenze bei Hesekiel 16, Vers 57, wo es ja heißt, als Verlobte, als deine Blöße noch nicht aufgedeckt war. Willem Pahls hat dazu gesagt, unter der Gürtellinie hast du nichts zu suchen. Ich finde das weise, denn es ist auch wiederum eine klare Grenze, das heißt, sich unten nicht entblößen, auch nicht fingeln dort, also sich dort gegenseitig berühren. Das ist dann auch wiederum eine klare Grenze und selbst wenn es mal ein bisschen weiter geht, dann ist noch nicht gleich das Allerletzte dann eben getan. Ich finde das eine weise Linie, wenn man das weiter zurücknimmt, ist das auch gut, aber weitergehen, denke ich, ist unweise. Sollte da in der Verlobungszeit sicherlich sich da auch absprechen, ab wann vielleicht ein Blick auf die Unterwäsche möglich ist. Einfach gut in Absprache, dass man sich nicht einfach treiben lässt, aber immer mit dem Ziel, dass man es eben schafft bis zur Ehe. Stimulation oben, wenn es für beide stimmt, auch da nicht, dass der eine den anderen überrollt oder dann vielleicht sogar der Mann sagt, ja, du liebst mich nicht, wenn du nicht Ja sagst, das hat da keinen Zusammenhang mit Liebe, sondern das ist etwas, was sich entwickeln muss. Achtet darauf, dass ihr in der Hochzeitsnacht auf jeden Fall noch etwas auszupacken habt, dass das noch etwas Spezielles ist, dass es spannend ist, die letzte Grenze soll nicht vorher schon genommen worden sein. Auf der anderen Seite, wenn man das ein bisschen so handhabt, wie ich jetzt das von Wilhelm Pals übernommen habe, dann ist auch nicht total einfach alles verboten. Oder dann ist doch eine langsame Entwicklung körperlich möglich. Denn wenn man einfach so plötzlich dann von 0 auf 100 gehen sollte, das kann einen ganz schwierigen Ehestart mit sich bringen. Oder beim Mann geht das vielleicht schon. Der Selbstbefriedigung ist vielleicht ohnehin ein Thema. Wenn eine Frau sehr zurückhaltend war und alles war verboten und jetzt von einem Tag auf den anderen ist alles erlaubt, das kann einen totalen Schock auslösen. Man kennt sich ja gar nicht. Das Vertrauen gerade auf dieser Ebene ist noch gar nicht da. Das kann einen überfordern und dann gibt es ein schwieriger Start in der Ehe. Darum, ich kann es zwar verstehen, wenn man die Empfehlung abgibt, bleib beim Wangenkuss stehen, weil man natürlich die Leute schützen möchte. Das Problem ist darin nur, wenn die Grenze dermaßen bei 0 angesetzt wird, ist die Chance dann eben doch sehr groß, dass man diese Grenze sehr schnell schon überschritten hat. Und wenn dann ein junges Paar sich sagt, ja, jetzt haben wir da diese Grenze, diese sogenannte biblische Grenze, sowieso nicht einhalten können, dann spielt das eh jetzt keine Rolle mehr. Dann ist dann plötzlich allem Tür und Tor geöffnet. Also gerade wenn man versuchte, die Leute zu schützen mit einer strengen Grenze, dann erwirkt man vielleicht sogar gerade das Gegenteil. Und darum finde ich so einen gewissen Aufbau sinnvoll, aber das Paar muss sich darin natürlich finden können. Die Gefahr in allem ist tatsächlich da. Je weiter man schon gegangen ist, umso stärker wird der Sog auch noch weiter zu gehen. Insbesondere wenn man in einer anderen Beziehung bereits weitergegangen ist. Dann kennt man das Feld, dann ist es besonders gefährlich. Insbesondere muss man aufpassen, wenn Frustzustände da sind oder Minderwertigkeitsgedanken da sind, dass man dann nicht einfach das Zusammensein als Ersatz nimmt, schöne Gefühle braucht, um anderes zu übertünchen, sondern dass man die eigentlichen Problemfelder angeht, dass die Sexualität oder die Fastsexualität nicht dann zu einem Ventil werden kann. Denkt daran, alles was man im Bereich der Sexualität gegeben hat, kann man nur einmal das erste Mal geben. Und häufig ist es dann so, wenn man in einer zweiten, allfälligen zweiten Beziehung dann zu dem Punkt kommt, wo man schon in der anderen Beziehung gewesen ist, kann das auch schmerzhafte Prozesse innerlich auslösen. Und darum sparsam umgehen und nur ganz kleine Schritte weitergehen. Nun, was ich da dazu noch nehmen möchte, ist auch die Frage, ja, muss es wirklich ein gläubiger Partner sein? Ich spreche da ja zu Gemeindeleuten, das geht mir jetzt nicht darum, dass ich da ausserhalb der Gemeinde Leute anspreche, sondern innerhalb der Gemeinde, dass man einen gläubigen Partner hat. Es heißt in 1. Thessaloniker 4, Vers 4, jeder suche seine eigene Frau zu gewinnen in Heiligkeit und Ehrerbietung, nicht in gieriger Lust wie die Heiden. Das heißt, Sexualität, das ist nicht das Erste, es soll eben in dieser Heiligkeit geschehen. Ja, wie soll man mit jemandem in Heiligkeit leben können, wenn diese Person Jesus gar nicht kennt? Dann kann man auf einer Ebene miteinander nicht kommunizieren. Man kann das, was man erlebt mit Gott, nicht heilen, man kann nicht zusammen beten. Ja, eines Tages, wenn vielleicht dann Kinder da sind, will der eine dann ausschlafen und branschen, der andere möchte in die Gemeinde, das gibt ganz, ganz große Probleme. Das kennt man ja von der E-Therapie her. Darum nur einen gläubigen Partner, eine gläubige Partnerin wählen. Kann man das biblisch untermauern? Nun, im Alten Testament gibt es ganz viele solche Stellen, dass man nicht jemanden aus einem fremden Volk nehmen soll. Ich konzentriere mich jetzt da bewusst mal auf die neutestamentlichen Stellen, denn schnell kommt ja der Gedanke, das ist alttestamentlich, das zählt sowieso nicht mehr. Mein Dem ist nicht so. Es sind ja nur die Zeremonialgebote, die in Jesus bereits erfüllt sind. Aber damit man der Diskussion ausweichen kann, nehme ich schon mal nur die neutestamentlichen Stelle, dann ist es eh klar. Haben wir nicht auch das Recht, eine Schwester als Ehefrau mit uns zu führen? 1. Korinther 9, Vers 5 Schwester ist da natürlich nicht eine leibliche Schwester, sondern die Schwester im Herrn. Das bedeutet, eben jemand Gläubiges nehmen. Das ist möglich. Oder 1. Korinther 7, Vers 39 Sie ist frei zu heiraten, wen sie will, nur dass es in dem Herrn geschehe. Also, außerhalb des Herrn gibt es eben da keine eheliche Beziehung dann eben möglich. Oder 2. Korinther 6, Vers 14 Sieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Das ist zwar kein Vers, der explizit auf die Ehe oder die Sexualität ausgerichtet ist, aber es ist doch eine allgemeine Aussage, dass man da darauf achten soll. Es wird schwierig, wenn man da eine Ebene nicht miteinander teilen kann. Darum ist das sehr unweise, abgesehen davon, dass wir ja viele Bibelstellen haben, dass wir niemanden aus dem anderen Volk nehmen sollen. Nun, jetzt ist natürlich die Frage, ja, aber könnte man allenfalls in Konkubinat leben? Das heisst, man lebt zusammen, ist aber nicht verheiratet. Oder man sagt sogar, ja, wir wollen die Ehe mal testen, wir wollen da ja nicht die Katze im Sack kaufen. Nun, wenn dann das das Einzige ist, dass man testen will und alles andere dann nicht, dann ist das eine schlechte Grundlage. Wenn du überall alles andere getestet hast, eine gute Ehevorbereitung gemacht hast, wird das auf diesem Gebiet dann auch klappen. Oder man will sich ja heute lange nicht binden und solange keine Kinder da sind, hat man keinen Grund, sich binden zu lassen. Ja, warum denn heiraten, aber zusammen sein? Sex wollen wir dann trotzdem haben. Nur, welche Ehe ist denn stabil? Warum will man denn nicht heiraten, wenn man trotzdem schon Sex zusammen haben möchte? Aber das ist ja schon ein Hinweis darauf, ja, ist diese Ehe dann wirklich stabil? Wenn sie wirklich stabil ist, dann hat das, erzieht das Verantwortung mit sich, dass man da eben auch bereit ist, zu unterschreiben einen Ehevertrag macht. Da würde ich mir kritisch das überlegen, wenn der Partner, die Partnerin, erst bei einem Kind dann einen Ehebund eingehen möchte. Das hat ja irgendeinen Grund. Also, Ehe ist eben nicht nur Freude, ist auch Verbindlichkeit in schwierigen Zeiten. Sagt man natürlich, ja, aber ist doch billiger, oder wenn man jetzt statt zwei getrennte Wohnungen hat und eines Tages wollen wir werden eh heiraten, wenn wir schon zusammen sind, dann wäre das günstiger, man ist vielleicht noch Student, man hat sowieso kein Geld. Ja, das sind dann also die Argumente, die kommen, aber, stell dir vor, man ist zusammen, ja, was entsteht dann? Das ist für die Welt natürlich nicht eine große Frage. Noch schwieriger wird es vielleicht bei einer Witfrau oder bei einem Witwer, wo die Rente dann entsprechend kommt und wenn man im Alter jetzt nochmals heiratet, geht aber die Witwende Rente dann weg, das sind dann tatsächlich im Einzelfall sehr schwierige Fragen. Nur, was denken die Menschen? Jetzt sagt man natürlich schnell, ja, das ist mir egal, ich lebe ja selber vor Gott, aber eben gerade darum, oder wenn man zusammen lebt, dann ist für die Welt klar, was man zusammen macht. Und wenn man jetzt im Gemeindedienst drinnen ist, ja, dann hat man natürlich entsprechend den Stempel, dann kannst du in diesem Bereich nicht dienen, du bist da kein Vorbild. als Leiter kann man so die Vorbildfunktion nicht wahrnehmen und das evangelistische Zeugnis gegen außen, ja, wird dann auch entsprechend schwierig. Geht auch nicht gemeinsam in die Ferien, da Stichwort hier, hier im Ruhelied 3, Vers 1, denn, wenn man alleine weit weg ist, niemand hat irgendwo Zugriff, dann wird die Versuchung entsprechend grösser. Man sieht sich dann eben doch im Nachthemd und man ist näher zusammen und die Wahrscheinlichkeit, dass dann eben alle Dämme brechen, ist natürlich ganz, ganz groß. Und darum, das ist per se schon unweise, mal ganz abgesehen vom Gebot, geht also als Gruppen in die Ferien, wo ihr auch geschlechtergetrennt sein könnt, habt auch getrennte Räume unterwegs, auch wenn man zu Hause mal beim anderen Geschlecht übernachtet, schaut darauf, dass da eine klare Linie gezogen wird, es spart euch selber Ärger. Nun, eine Stellungnahme, die Anfechtung wird ja umso grösser, wenn man zusammen ist. Ich würde mich da wirklich fragen, was ist der Grund, warum man denn nicht schon heiraten kann, nicht heiraten will. Die Sicherheit, dass der Partner wirklich treu zu einem steht, zeigt sich eben gerade erst durch diesen Ehebund. Wenn der nicht geschlossen werden will, wäre das für mich verdächtig. Zudem, Kinder sollen ja auch in einem verbindlichen Raum aufwachsen. das soll man jetzt durchaus auch schon testen können, indem man eben schon zusammen ist, auch wenn noch keine Kinder da sind. Kulturell war es früher sowieso nicht üblich. Ich habe da die Stelle von Hohelied 5, Vers 2 ja bereits erwähnt. Ja, noch kritischer ist es, wenn man sagt, wir machen eine christliche, gemischte Zweier-WG, also Wohngemeinschaft. Ja, das kommt dem Konkubinat faktisch natürlich gleich, das ist klar. Auch eine Frau mit zwei Männern in einer Wohngemeinschaft scheint uns kritisch zu sein. Ab vier Personen mit guter Absprache ist das aber sicherlich eine gute Möglichkeit. Warum nicht zuerst so zusammen zu sein, gerade wenn es finanziell ein bisschen eng ist. Nur noch ein Wort zum Leben als Single. Man ist ja heute sehr, sehr lange Single. Die Ausbildung dauert sehr lange. Man möchte sich auch nicht zu früh binden, weil das nahe Zusammensein über lange Zeit unter Umständen sehr schwierig sein kann. Nur wenige Menschen haben die Gabe der Ehelosigkeit. 1. Korinther 7 spricht tatsächlich von dieser Gabe. Ich wollte zwar lieber alle Menschen wehren, wie ich bin, aber jeder hat seine eigene Gabe von Gott. Der eine so, der andere so. Den ledigen und Witwen sage ich, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Also nicht zu heiraten, das ist auch etwas Gutes, aber sie ist eben eine Gabe. Und wie es eben mit allen Gaben ist, ist es immer so, auch hier, einige haben sie, viele andere haben sie aber nicht. Und darum, auch Singles haben natürlich ein Bedürfnis nach Nähe, und zwar nicht nur einfach gemeinschaftliche Nähe, sondern auch körperliche Nähe. Muss sich aber bewusst sein, dass die Beziehung, die Freundschaftsbeziehung alleine, das Leben natürlich nicht ausmacht. Die Fülle, die kommt letztlich immer von Gott. Und gerade wenn man dann das Gefühl hat, die Sexualität, das ist das Einzige, was einem noch fehle, dann hat man die Erfüllung. Da muss man sagen, muss man sich überlegen, woher kommt das? Denn die Fülle kommt letztlich von Gott. Er trägt durch. Wenn irgendeine Mankos da sind, gilt es, diese aufzuarbeiten, aber nicht einfach zu ersetzen mit einer körperlichen Nähe. Denken wir daran, Ehe kann zwar Himmel auf Erden bedeuten, kann aber auch die Hölle bedeuten. Um das so mal sprichwörtlich zu sagen, das heißt, nur weil man zusammen ist, heißt das noch nicht, dass dann eben alles gut ist. Darum haben wir immer so ein Stück weit ein Spannungsfeld. 1. Korinther 7,9 sagt, wenn sie sich aber nicht enthalten können, sollen sie heiraten, denn es ist besser zu heiraten, als sich in Begierde zu verzehren. Ja, es gibt also solche Fälle, wo die Fülle von Gott nicht ganz so groß ist, dass man das alles in Ruhe nehmen kann. Da wird man beinahe von Begierden verzehrt, jetzt aber eben nicht einfach in die Unzucht gehen, sondern wenn schon wirklich eine Ehe aufbauen und auch das ist ja nicht einfach von einem Tag auf den anderen möglich. Das heißt, Gott erwartet von uns sowieso, dass wir lernen, aus der Beziehung von Gott her zu leben. Punkt ist auch, darf man sich gerade in der heutigen Zeit bei einer Ehevermittlung melden. Es gibt ja heute verschiedene Internetseiten, auch gläubige Seiten. Da würde ich sagen, warum nicht? Es ist nun mal die heutige Zeit, wir leben in Zeiten, wo man wenig so Kontakt miteinander hat, um das andere Geschlecht kennenlernen zu können. Manche Eltern, gerade auch im christlichen Rahmen, versuchen einen vielleicht auch zu lange zu schützen. Man betont zu sehr, ja, man soll sich nicht zu früh darum kümmern und plötzlich ist man dann kreisig und immer noch alleine. Ja, am Anfang ist man vielleicht zu schnell in einer Beziehung, mit der Zeit hat man dann aber so viele Punkte, so eine lange Liste, die der andere erfüllen muss, dass man dann gar niemand mehr findet. Das ist dann auch nicht optimal. Und darum wage Dates. Es muss ja nicht immer gleich im Hinterkopf sein, ja, da muss eine Beziehung daraus entstehen, aber suche solche Beziehungen, besuche christliche Veranstaltungen, wo auch andere Leute sind, Freizeiten oder so, wo man sich eben entsprechend kennenlernen kann. Heisst aber, dass man auch zu warten hat. Und da finde ich es wichtig, dass man sich da nicht einfach zurückzieht, vielleicht in eine Opferrolle fällt und denkt, ja, Gott hat mich irgendwie verlassen. Ja, es ist mühsam, auch wenn man immer wieder selber den ersten Schritt tun muss, denn die Beziehung ist dann nicht einfach da. Das ist sehr wohl eine Last. Aber achtet darauf, dass man schon früh, schon in der Teenager-Phase, einem gute Freunde aufbaut, wo man eben in der Gemeinschaft sein kann, wo feste Beziehungen aufgebaut werden können, wo man auch die Möglichkeit hat, das andere Geschlecht kennenzulernen. Jetzt nicht im Blick direkt auf eine eigene Beziehung, aber dass man doch versteht, das andere Geschlecht tickt ja ein Stück weit anders. Nun, was sich sicher bewährt, ist, wenn man sich an ein anderes Paar hängt, wenn man sich so ein bisschen adoptieren lässt, ein Paar, das dann vielleicht fünf oder zehn Jahre älter ist, wo man dann bereits so ein bisschen mitbekommen kann, wie läuft das, was sind die Spannungsfelder, wenn man so nahe an einer Familie sein kann oder an einem Ehepaar sein kann, kann man ein bisschen in die Beziehung hineinsehen und so auch realistischer werden. Mir scheint es ganz wichtig zu sein, dass man über solche Beziehungen spricht, dass man auch über die eigenen Bedürfnisse spricht, über Sehnsüchte spricht, dass man austauscht. Viele Ehescheidungen sind Gründen darin, dass man nicht rechtzeitig gelernt hat oder es eben gewagt hat, über die eigenen Bedürfnisse zu reden. Und darum suche ein Gefäß, wo du diese Themen ansprechen kannst, wo du Vertrauen hast, wo Leute da sind, die schon ein bisschen weiter sind. Es gibt unerfüllte Wünsche, gerade im Bereich der Sexualität und das sollte man nicht einfach verschweigen, weil es einem peinlich ist. Sonst wird da eine gewisse Entwicklung abgeblockt. Gerade in diesem Bereich ist die Kommunikation manchmal schwierig. Insbesondere, wenn man da noch christlich sagt, als Christ spricht man nicht darüber. Man nimmt dann die Sexualität als ein bisschen etwas Schmutziges, vielleicht sogar dahinter Gedanke, dass die Erbsünde durch die Sexualität weitergegeben wird, aber dem ist nicht der Fall. Aber man denkt dann und dann zieht man sich da im Bereich der Sexualität etwas zurück. Suche darum, wenn du als Single da unterwegs bist, das Gespräch mit älteren Singles oder sogar mit jüngeren Paaren und wenn du bereits in einer Beziehung bist, dann suche auch ein Rechenschaftspärchen. Ein Pärchen, das etwas älter ist, denen ihr sagt, ihr dürft uns jederzeit fragen, wie weit geht ihr schon. Nur schon, dass man weiß, da ist jemand, der jederzeit fragen könnte, bleibt man da ein bisschen zaghafter, weil man weiß, da kommt dann vielleicht mal eine Rechenschaft. was immer gut ist, hole dir professionelle Hilfe von außen, macht zusammen einen Ehevorbereitungskurs, wo ihr solche Dinge eben auch ansprechen könnt. Gerade wenn man weiß, doch, da ist jetzt das Verlobungsdatum, dann ist es ein guter Moment für die Ehevorbereitung. Insbesondere, wenn Zweifel da sind, in einer Beziehung das unbedingt rechtzeitig ansprechen. Denn manchmal ist es so, gerade in christlichen Kreisen, dass man sich dann sagt, ah, ihr seid so ein tolles Pärchen und wann heiratet ihr endlich und so weiter. Dann wagt man es gar nicht mehr zu sagen, ah, ganz herum läuft das gar nicht. Manche Ehe wäre schon gar nicht zustande gekommen, wenn das Paar ganz alleine hätte entscheiden können. Aber der Druck von außen und das Bild, das man vielleicht auch von außen gibt, ist dann manchmal sehr speziell. Dann wagt man es nicht mehr, dann heiratet man eben trotzdem, hofft, dass dann alles gut wird. Aber ich sage jetzt mal, abgesehen von der sexuellen Entspannung, die man im Moment noch hat, wird nicht viel einfach anders. Du musst zwar nicht immer mehr Tschüss sagen, wenn du auseinander gehst, aber ansonsten, wenn es vorher schon nicht so stimmt, das müsste man vorher vor der Heirat aufgearbeitet haben. Jetzt kommt natürlich noch die Frage, ja, wie ist es jetzt, wenn man in einer Beziehung drinnen ist, aber das Sexuelle nicht richtig abgedeckt ist oder wenn man vielleicht sogar getrennt lebt, vielleicht sogar geschieden lebt. Das ist dann nochmals eine ganz andere Thematik, die ich jetzt noch nicht hier jetzt bereits reinnehmen möchte. Irgend in einem späteren Video wird das sicher mal zur Sprache kommen, die ganze Thematik von Scheidung und Wiederverheiratung. Aber wir sind jetzt da mal von der Seite der Singles ausgegangen. Nun, ich hoffe, es hilft dir, ein bisschen selber über gewisse Themen nachzudenken. Ich wünsche dir Gottes Segen auf deinem Weg. Ich wünsche dir alles in der Mitte, wenn du was deine Sonne alles in der Mitte. Ich wünsche dir alles in der Mitte, was ich dir das neben der Mitte. Ich wünsche dir das neben der Mitte. Ich wünsche dir Vielen Dank.